Mein Name ist Gabi Wenzjoch, seit sieben Jahren betreibe ich hier das Bio-Restaurant Seidenspinner. Was uns besonders auszeichnet ist, dass wir nur biologische Produkte verwenden, also wirklich 100% Bio vom Pfeffer bis zum Schnaps, was anderes gibt es gar nicht, da sind wir ganz kompromisslos, bieten aber Fleisch, Fisch, aber hauptsächlich vegetarische und vegane Gerichte an, so dass die ganze Familie essen kommen kann, sage ich immer. Der Vater isst ein Fleischgericht, die Mutter vegetarisch, die Tochter vegan. Alle sind zufrieden. Wir bieten einen Außer-House-Service an zum Abholen, aber beliefern auch. Man muss natürlich bei einer Belieferung gewissen Wert erfüllen und verpacken dann in den Zuckerrohrschachteln, die voll kompostierbar sind. Das ist natürlich nicht so schön wie auf einem Teller, schön dekoriert, das ist natürlich ein Kompromiss, aber wir freuen uns natürlich, wenn unsere Gäste das in Anspruch nehmen, weil wir so doch ein bisschen zu tun haben, auch unser Personal ein bisschen beschäftigen können. Also es hilft uns so ein bisschen über die schwere Zeit und das ist schon gut. Sofort freuen wir uns, wenn wir wieder frequentiert werden und die Gäste hier Platz nehmen und ich koche ja selber hier, ich wieder alle bekochen darf, also das wäre für uns fantastisch und dem fiebern wir entgegen. Joakim Bis zum nächsten Mal.